Oberndorf ist eine Stadt am oberen Neckar im Landkreis Rottweil in Baden-Württemberg. Geografie Geografische Lage Oberndorf am Neckar liegt im oberen Neckartal zwischen Schwarzwald und Schwäbischerer Alb in 450 bis 700 Meter Ü. In Hain, Teile des Oberndorfer Stadtgebiets entlang des Neckarsch gehören zum insgesamt rund 2203 Hektar großen FFH-Gebiet 7620-343 Neckartal zwischen Rottweil und Sulz. In dieses europaweit bedeutsame Schutzgebiet sind die Naturschutzgebiete Brandhalde, mittlere Bollerhalde und Kälberhalde eingegliedert. Die Stadt Oberndorf grenzt im Norden an Dornhahn, Sulz am Neckar und Führingen im Osten an Rosenfeld. Im Süden an Äpfendorf und Bösingen und im Westen an Schramberg, Flur und Winzeln und Alpiersbach. Stadtgliederung zu Oberndorf am Neckar gehören die Stadtteile Eisteich, Althoberndorf, Beffendorf, Bochingen, Boll, Hochmörsingen, Oberndorf am Neckar. Mit Ausnahme von Oberndorf am Neckar sind in den Stadtteilen Ortschaften im Sinne der baden-württembergischen Gemeindeordnung mit jeweils eigenem Ortschaftsrat und Ortsvorsteher als dessen Vorsitzender eingerichtet. Zum Stadtteil Eisteich gehören das Dorfeisteich, das Gehöft Herrenwald und der Wohnplatz Rötelhof. Zum Stadtteil Althoberndorf gehören das Dorf Althoberndorf, das Gehöft Bollerberg und die Wohnplätze Dollau, Grünerberg, Hegelberg, Höingen und Islenbach. Zum Stadtteil Beffendorf gehören das Dorf Beffendorf und das Gehöft Obereichhof. Zum Stadtteil Bochingen gehören das Dorf Bochingen und die Höfe Einfeld und Unterer Schlatthof. Zum Stadtteil Boll gehören das Dorf Boll und das Gehöft Oberer Schlatthof. Zum Stadtteil Hochmörsingen gehört das Dorf Hochmörsingen. Zum Stadtteil Oberndorf am Neckar gehören die Stadt Oberndorf am Neckar, die Stadtteile Lindenhof, Neckarvorstadt und Webertal, das Gehöftstaatsdomäne Untererichhof und die Wohnplätze an der Eisteigerstraße, Fischweyer, Grundhäuser, Nestelwasen und Stockbrunnen. Im Stadtteil Eisteich liegen die abgegangenen Ortschaften Burg und Denkenhausen und im Stadtteil Oberndorf am Neckar liegen die abgegangenen Ortschaften Lautenbach und Reute und der Burgstall Wasseneck. Geschichte Erste Siedlungsspuren auf dem Gebiet Oberndorfs lassen sich bereits für den Zeitraum um 3.000.18.00 v. chr. nachweisen. Bei Beffendorf finden sich hier Siedlungsspuren aus der Jungsteinzeit. Siedlungsspuren der Hallstattzeit auf dem Scheibenbühl bei Alt-Oberndorf datieren aus der Zeit um 800 zu 400 v. chr. Um 200 v. chr. existierte eine keltische Siedlung in Oberndorf. Spuren der Kelten aus den Jahren 100 v. chr. minus 1 v. chr. stellen auch Kultstätten im Eichwald bei Oberndorf und in der Flurburgstall bei Boldar. Als 70 n. chr. die Römer in das Gebiet des oberen Neckarsch vorstießen, begann der Bau von Straßen vom Kastellrothwald zu den Kastellen Sulz und Waldmössingen. Teilstücke dieser Straßen sind bei Bochingen und Hochmössingen erhalten. In diesem Bereich sind auch römische Gutshöfe aus der Zeit um 100 zu 200 n. chr. erhalten ebenso wie Einzelfunde dieser Zeit aus Eisteich, Beffendorf und Oberndorf. Ab 260 n. chr. drängen die Allermannen über den Limes in das Gebiet vor. Ihre Spuren finden sich vor allem ab 600 n. chr. In allermannischen Urdörfer und fränkischen Ausbausiedlungen in Eisteich, Altoberndorf, Beffendorf, Hochmössingen und Oberndorf. Auch wurden Rheingräber mit reichen Beigaben entdeckt. Die erste urkundliche Erwähnung Oberndorfs entstammt einer Schenkungsurkunde des Klosters Sankt Gallen. Aktum Oberndorf Villa Papplicke aus dem Jahre 782 Die Schenkung, die die Orte Britheim und Bickelsberg betraf, fand vermutlich auf dem Oberndorfer Königshof im Tal statt, zu dem auch die Remigiuskirche gehörte. Bischof Salomon von Konstanz erhielt um 900 den Oberndorfer Königshof mit Taufkirche und gab ihn an das Kloster Sankt Gallen, dessen Abt er war, weiter. Diese Schenkung wurde 912 von König Konrad I., erstmals und 948 durch König Otto I. Um 1100 über Gabs Sankt Gallen den Klosterbesitz am Oberen Neckar als Schenkenlehen an die Herzöge von Zeringen. Als die Herzöge von Tex sich 1187 von den Zeringern abspalteten, erhielten sie den Besitz am Oberen Neckar. Die Oberndorfer Stadtgründung geschah dann um 1250 durch Herzog Ludwig von Teck auf der Kalktufplatte links des Neckarisch. 1264 wurde das neu gegründete Frauenkloster im Tal in den Orden der Augustiner EremitInnen aufgenommen. 1272 erhielt das Dominikanerinnenkloster bei der Michaelskapelle von Herzog Ludwig von Teck Privilegien. Im Jahre 1295 wurde erstmals das Geschlecht der Meier von Wasenig genannt. Sie waren mit dem Bau und der Verwaltung der Burg Wasenig bei Altoberndorf als Wohnsitz der Oberndorfer Tecklinie sowie des Gutshofs beauftragt. 1298 kam es zu kämpfen zwischen Graf Albert von Hohenberg und Herzog Otto von Bayern bei Oberndorf und Leinstetten in deren Verlauf Graf Albert, der Minnesänger, fiel. 1300 bestätigte Herzog Hermann von Teck der Stadt Oberndorf ihre alten Rechte und Freiheiten. In den Thonstreitigkeiten zwischen Kaiser Ludwig den Bayern und dem neu gewählten König Karl IV. verschworen sich 1346 18 Adelige in Oberndorf gegen den Kaiser. Die Stadt kam in die Reichsacht, woraus sie König Karl 1348 widerlöste. Nach dem Tod Herzog Hermanns von Teck dem letzten der Oberndorfer Linie 1363 fiel die Burg Wasenig mit den vier Dörfern Altoberndorf, Beffendorf, Bochingen und Waldmessingen an seine Tochter Beatrix und deren Sohn Herzog Konrad von Orslingen. Herzog Friedrich von Teck konnte dagegen die Stadt behaupten. 1371 erwarb Herzog Friedrich von Teck von Konrad von Orslingen die Burg Wasenig mit den vier dazugehörigen Dörfern und drei Jahre später verkaufte, er die Herrschaft Oberndorf an Graf Rudolf III. von Hohenberg, der vom Abt von Sankt Gallen mit der Stadt belehnt wurde. 1381 schließlich verkaufte Graf Rudolf von Hohenberg seine ganze Grafschaft, darunter die Herrschaft Oberndorf für 66.000 Gulden an Herzog Leopold von Österreich. 1384 zu 1409 hielt Mark Graf Bernhard von Baden, der mit Margarete der Tochter des Grafen Rudolf von Hohenberg verheiratet war, Oberndorf und Wasenig als Pfand. Herzog Leopold von Österreich verpfändete zudem 1392 die vier Herrschaftsdörfer an die Grafen von Sulz. Sie kamen erst 1462 wieder zu der Stadt. Im Jahre 1410 wurde die Stadt von Friedrich XII. von Zollern und dessen Helfern belagert. Die Grafen von Württemberg hielten Oberndorf und Wasenig von 1416 bis 1462 als Pfand. Die ganze Stadt einschließlich der Michaelskirche brannte 1445 bis auf neun Häuser ab. 1462 ging die Herrschaft Oberndorf als Pfand an die Freiherrin von Zimmern. Johann Werner von Zimmern wurde 1488 vom Kaiser geächtet und verlor die Pfandschaft Oberndorf, die den Grafen von Werdenberg zugesprochen wurde. Acht Jahre später entriss Veit Werner von Zimmern die Stadt mithilfe der Rottweiler durch einen Überfall den Werdenbergern. Auf dem Reichstag von Augsburg 1504 wird Oberndorf endgültig den Zimmern zugesprochen und blieb ihn bis 1594. Im Bauernkrieg 1525 versuchte Thomas Mayer von Vogelsberg der Anführer des Bauernhaufens vorm Wald vergeblich, die Oberndorfer gegen ihre Herren aufzuwiegeln. 1540 macht in der Landenberger Fede Christoph von Landenberg die Gegend unsicher und zündet Beffendorf und Hochmörsingen an. Von 1548 bis 1563 ist Graf Roben Christoph von Zimmern Verfasser der berühmten zimmerischen Chronik Stadtherr von Oberndorf. 1559 wurde das Frauenkloster im Tal mit Augustiner Mönchen besetzt. Die Zimmern-Schäpfandschaft endete 1594. Nach dem Tod des Grafen Wilhelm von Zimmern, dem letzten seines Geschlechts, fiel Oberndorf an das Haus Österreich. Von 1609 bis 1618 hielt Mark Graf Karl von Burgau ein Sohn Erzherzog Ferdinands von Österreich Oberndorf als Lehen. Zu einer weitgehenden Zerstörung der Stadt kam es bei einem Brand 1612. 30 Häuser, darunter das Rathaus, wurden völlig zerstört. Im Dreißigjährigen Krieg war von 1632 bis 1634 die Grafschaft Huinwag von Schweden und Württembergern besetzt. 1635 herrschte eine Pestwelle am Oberen Neckar, wodurch Oberndorf einen großen Teil seiner Bevölkerung verlor und 1636 nur noch 96 Bürger und elf Witwen zählt. Bis Kriegsende musste die Stadt Kontributionen nach dem Hohentwil, Breisach, Rottweil und Albeck leisten. 1652 bestätigte Erzherzog Ferdinand von Österreich der Stadt ihre alten Rechte und Freiheiten. In den folgenden Jahren von 1657 bis 1764 hatten die Freiherren von Hohenwag illegitime Nachkommen des Markgrafen Karl von Burgau die Herrschaft Oberndorf als Pfand inne. Im Pfälzischen Krieg musste die Stadt 1688 und 1689 Kontributionen an die Franzosen leisten und erhielt später wiederholt Einquartierungen. Auch im Spanischen Erbfolgekrieg litt die Stadt sehr unter Einquartierungen. Friedrich Wilhelm von Hohenwag verunglückte 1726 tödlich nach einem Gelage im Pfarrhaus. Die Pfandschaft ging an seine Witwe Maria Charlotte, einer Geborenen von Gleichbach über. Zwischen 1740 und 1748 wurde die Stadt im österreichischen Erbfolgekrieg erneut mit Requisitionen und Einquartierungen beschwert. Nach dem Tod Maria Charlotte von Hohenberg 1764 hielten die Freiherren von Plummern die Herrschaft Oberndorf als Pfand bis 1782. Johann Franz Meinrad von Plummern ließ in dieser Zeit ein neues Amtshaus bauen. Von 1772 bis 1779 erbauten die Augustiner ein neues Kloster samt Kirche. Beim großen Stadtbrand 1780 brannten 87 Häuser ab darunter Rathaus, Schulhaus, Pfarrhaus, Kirchturm und Dominikanerinnenkloster. Ab 1796 während der französischen Revolutionskriege hatte die Stadt ab 1796 Requisitionen und Einquartierungen zu erdulden. Der französische General Van Damme zog 1799 auf dem Rückzug durch Oberndorf das dabei geplündert wurde. Durch den Frieden von Pressburg 1805 gelangte die vorderösterreichische Grafschaft Hohenberg an Württemberg. Die Herrschaft Oberndorf wurde im Jahr darauf durch Württemberg in Besitz genommen. Es erfolgte die Aufhebung des Augustiner- und Dominikanerinnenklosters. Zu jener Zeit hatte die Stadt 1043 Einwohner. 1810 wurde Oberndorf oberer Amtsstadt mit 27 Amtsorten. Ein Jahr später ließ König Friedrich von Württemberg im ehemaligen Augustinerkloster die königlich-württembergische Gewehrfabrik einrichten. Um 1820 bildete sich in Oberndorf eine evangelische Gemeinde. 1823 entstand die Lateinschule, die Realschule kam 1861 hinzu. Wilhelm Brandecker erwarb 1837 den zwei Jahre zuvor in Sulz gegründeten Schwarzwälderboten und verlegte ihn in seine Heimatstadt Oberndorf. Bei einem neuerlichen Stadtbrand im Jahre 1842 wurden 35 Häuser in der Altstadt zerstört. Während der deutschen Revolution wurden neben einer Bürgerwehr auch mehrere demokratische Vereine gebildet. Einzelne Oberndorfer nahmen an den gescheiterten Aufständen teil. 1852 war die Not so groß, dass eine Suppenanstalt eingerichtet werden musste. Die Auswanderungswelle nach Amerika erreichte in diesem Jahr ihren Höhepunkt. Die Bevölkerung Oberndorfs ging von 1864 Einwohnern auf 1688 Einwohner zurück. 1865 wurde das städtische Armenhaus in ein Spital umgewandelt und zwei Jahre später erhielt Oberndorf durch den Bau der oberen Neckarbahn ein Bahnanschluss. Die Gebrüder Wilhelm und Paul Mauser errichteten 1872 eine eigene Gewehrfabrik auf der Bitze und erwarben zwei Jahre danach die königlich-württembergische Gewehrfabrik. Im Jahre 1895 war die Bevölkerung von 2.000 Einwohnern im Jahre 1871 auf über 4.000 Einwohner angestiegen. 20. Kurz nach Fertigstellung des neuen Volksschulgebäudes im Graum 1914 brach der Erste Weltkrieg aus. Während dieser Kriegszeit machte der gewaltige Ausbau der Mauser Werke die Verlegung des Neckarsch notwendig. Zeitweilig waren hier über 6.000 Personen beschäftigt. Es entstand eine neue Arbeitersiedlung rechts des Neckarsch. In den Jahren 1915 und 1916 wurde die evangelische Stadtkirche Oberndorf erbaut. Die Kriegsteilnehmer aus Oberndorf berichteten 1914 zu 1918 im 14-bändigen Werk im Völkerring. Der große Krieg, Oberndorfer Kriegsheldenbuch über ihre Erlebnisse. Der Umbau der Michaelskirche 1925 und 1926 war die erste größere Baumaßnahme nach dem Krieg. 1934 erfolgte die Grundsteinlegung für die Siedlung auf dem Lindenhof. Drei Jahre später der Baubeginn der neuen Vorstadt im Webertal. Nach Auflösung des Oberamts Oberndorf kam die Stadt 1938 verwaltungstechnisch zum Kreis Rottweil. Ein Jahr später wurden Eisterich mit seinen damals 1156 Einwohnern und Alt-Oberndorf mit 639 Einwohnern eingemeindet. Oberndorf selbst hatte zu dieser Zeit 6.652 Einwohner. Die Eingemeindungen wurden 1950 zunächst wieder rückgängig gemacht. In der Zeit des Nationalsozialismus bestand in der Kameralstraße 20 eine Außendienststelle der Gestapo. Während des Zweiten Weltkriegs wurden in der Stadt zum Schutz der Mauserwerke zahlreiche Flak-Einheiten stationiert. Darunter 8,8 cm und 3,7 cm Flak auf den Höhen rund um die Stadt. Außerdem wurde eine Ballon-Batterie in die Stadt verlegt. 1941 wurden diese Einheiten abgezogen. Den Flak-Schutz der Mauserwerke übernahm eine Heimat-Flak-Batterie. Die Mauserwerke beschäftigen ständig rund 10.000 Personen, darunter viele ausländische Zivilarbeiter, aber auch Zwangsarbeiter. Gegen Kriegsende wurden durch Bombenangriffe die Fabrikanlagen und Teile der Stadt beschädigt. Von den zu Höchstzeiten bis zu 11.000 Beschäftigten in der Rüstungsindustrie der Mauserwerke waren gegen Ende des Zweiten Weltkriegs über 50% Zwangsarbeiter. Zwangsarbeiter. Insgesamt gab es im Raum Oberndorf rund 7.000 Zwangsarbeiter aus 19 Nationen, etwa 700 Kriegsgefangene und rund 4.400 Menschen in sogenannten Arbeitserziehungslagern, siehe dazu auch den Artikel NS Zwangsarbeit im Bereich. Oberndorf am Neckar 1972 erwarb die Stadt die Klosterkirche und das Konventsgebäude, in dem die Stadtverwaltung und das Polizeirevier untergebracht wurden. Ein Jahr später kaufte die Stadt auch noch den Schwedenbau zur Unterbringung ihrer kulturellen Einrichtungen und des Werkhofs. Im Zuge der Gemeindereform in Baden-Württemberg wurden die Stadt Oberndorf am Neckar am 1. Januar 1975 durch Vereinigung der Stadt Oberndorf am Neckar und der Gemeinden Althoberndorf-Beffendorf-Bochingen, Boll und Hochmösingen neu gebildet. Gleichzeitig wurde die bis dahin selbstständige Gemeinde Eisteich nach Oberndorf am Neckar eingemeindet, 21. mit einem Mahnmal, das am 27. Januar 2007 dem Holocaust-Gedenktag eingeweiht wurde, erinnert die Stadt an Zwangsarbeiter in der NS-Zeit. Der Rottweiler Bildhauer Jürgen Knuppen hat dazu ein Buch der Erinnerungen mit Stahlseiten geschaffen, auf dem die 308 Zwangsarbeiter, die in Oberndorf gestorben sind, namentlich genannt werden. Politik Nach 1806 wurde durch Württemberg das Amt des lebenslang gewählten Schultheißen eingeführt und später in den Titel Stadtschultheiß geändert. Im Jahre 1930 führte man in Württemberg die Amtsbezeichnung Bürgermeister ein, die noch Gültigkeit besitzt. Der Bürgermeister wird derzeit für eine Amtszeit von acht Jahren gewählt. Franz Josef Früth von 1819 bis 1829 I.V. Aufrüth von 1828 bis 1860 Julius Jakob von 1860 bis 1870 Franz Seils Günther Stadtschultheiß von 1870 bis 1898 Johannes Sulzmann von 1898 bis 1913 Kilian Heckler von 1914 bis 1921 Karl Bayer von 1921 bis 1933 Paul Fritz von 1933 bis 1944 Ludwig Priester von 1944 bis 1945 Hermann Zillinger von 1924 April bis 28 Mai 1945 Reinhard Winker von 28 Mai bis 17 Juli 1945 Albrecht Eisler von 18 Juli 1945 bis 3 November 1945 Reinhard Winker von 1945 bis 1946 Otto Kentner von 1946 bis 1975 Egon Halter von 1975 bis 1983 Klaus Laufer von 1983 bis 1999 Hermann Acker seit 1999 Gemeinderat die Kommunalwahl am 25 Mai 2014 führte zur gleichen Verteilung der 22 Sitze im Gemeinderat wie die vorangegangene Kommunalwahl Nationalwahl 2009 FWV 37,6% 8 Sitze CDU 35,0% 8 Sitze SPD 27,4% 6 Sitze Seit 1982 ist Oberndorf am Neckar mit zwei Gemeinden in Österreich und Frankreich in Städtepartnerschaften verbunden Österreich die gleichnamige Gemeinde Oberndorf an der Salzach mit 5600 Einwohnern im Land Salzburg liegt direkt gegenüber zur Stadt Laufen in Bayern, deren Teil sie bis 1816 bis zur Napoleonischen Neuordnung Europas war. Die österreichische Gemeinde ist weltbekannt als Entstehungssort des Weihnachtsliedes Stille Nacht, Heilige Nacht, das dort 1818 erstmals aufgeführt wurde und von dort aus in alle Welt ging. Frankreich Thiaville Mit dem Lycée in Thiaville ist das Oberndorfer Gymnasium durch einen regelmäßigen Schüleraustausch verbunden Heraldik Wappen der Stadtblasonierung Gegründet durch die Herzöge von Teck wurde Oberndorf zwischen 1245 und 1270 Stadt. Das im Abdruck von 1281 erstmals überlieferte Stadtsiegel zeigt zwei Haken aus dem Schild der ortsadeligen Familie der Haken von Oberndorf. Der Doppelhaken war als Ortszeichen auch an der ehemaligen Stadtmauer angebracht und wurde mindestens noch im 17. Jahrhundert auf Grenzsteinen verwendet. Der Rautenschild der Teck erscheint erst im zweiten Siegel und bildete fortan allein der Stadt Wappen, bis 1935 im Schildhaupt wieder der Doppelhaken hinzugefügt wurde, an dessen andere Bezeichnungen Wolfsangel knüpften sich schon vor dem 18. Jahrhundertsagen ähnliche Vermutungen. Das Wappen wurde am 10. April 1979 durch das Landratsamt Rottweil neu verliehen. Wappen der Ortsteile Eisteich, Althoberndorf, Beffendorf, Bochingen, Boll, Hochmüssingen. Die Stadtflagge ist gelb-schwarz.